Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound hier im Flieger nach Paradise Island. Ähm, ja. Hoffe ich. Und ähm... Ich brauche noch so einen Glitch-Globus. Von einer Glitch-Siedlung. Aber ich befürchte... Ich mache mich hier zum Affen. Gehen wir mal rechts rum. Dankeschön. Ich finde ich schon mal wieder affig, was hier abgeht. Oh Mann. Der war schlecht. I'm under attack. Äh, was? What? Äh, so. Macht den fertig, ich mache euren Generator aus. Guck mal. Schön, oder? Guck mal, jetzt müsst ihr nichts mehr beschützen. Toll. Was seid ihr für Lushis, ey? Dass das Ding so einfach kaputt geht. Da müssen wir auch noch was dran ändern. Ganz schön affig hier, echt. So ein bisschen Beton. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin traurig. Hey. Was seid ihr denn für welche? Alter, voll die Aggro-Viecher hier. Hallo? Kasper. Ich mache euch platt hier. Nehmen wir eure Scheiße auseinander hier. Gibt's ja nicht. Alter. Freaks. Bone-Table. Yeah. Avian Skull. Noch mehr von den Spinnern? Ah, da sind's wieder. Ich mache euch direkt platt. Ihr Arschgeigen. Lass mich doch nicht... Lass mich doch nicht ans Bein pinkeln. Klappe. Klappe-Stinker. Noch wer? Hallo? Alter. Fass mich nicht an. Was haben wir denn da? Waffen? Oh. Die haben sogar... Phaser-Waffen und sowas. One-handed. Hast du noch Freunde oder nicht? Ich glaube, der hatte keine Freunde. Boah, hier geht's mit Kettensägen los. Was? Was ist das denn hier? Meine Güte. Nerv nicht. Palim. Palim. Ja, schön. Schön, schön, schön. Boing. 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 Boah, was eine Schlucht. Oh, hier ist was, oder? Bist du gerade? Ja, Avian-Stadt. Okay, cool. Ich brauche eh noch so ein paar von den Steinen hier. Okay. Kann man nie genug von haben. Eigentlich müsste ich auch die Häuser auseinandernehmen, aber ey, ich habe schon so viele Glitch, äh, Quatsch, Avian-Siedlungen auseinandergenommen. Da findet sich auch so schnell wieder eine neue. Ich habe ja auch noch eine auf meinem Planeten. Die wollte ich ja auch noch auseinandernehmen. Einmal komplett zerlegen. Und am besten dann die, äh, Bewohner irgendwo hinlocken. Oder einmauern, oder ich weiß es nicht. Ich würde ja gerne wieder umsiedeln und sagen, hey, du wohnst jetzt hier in deinem 1-Quadratmeter-Apartment. Komm, machen wir mal hier ein bisschen schneller. Nehme nicht alles mit. Entschuldigung. Sorry. Ich sollte vielleicht ein tiefer gehen. Man ist nämlich wirklich den ganzen Mist hier mit. Time to flee, help! Ich denke, ich bin weg. Ganz schön große Stadt, muss ich sagen. Also, Respekt. Glitch Willisch wäre mir lieber gewesen. Aber hey, ich baue auch immer gerne Kelleranlagen. Also, Rechnung kommt später. Ich kann euch ja mal einen Eingang bauen. Bitteschön. Ach komm, jetzt habe ich schon... Jetzt reicht es erst mal. 2000. Do you like what you see? Komm, wer will denn handeln? Du? Okay. Dann verkaufe ich dir mal hier die ganze Scheiße, die ich so gesammelt habe. Kann ich das lesen? Na ja, dann kannst du es haben. Kann ich aber auch ein bisschen... Kann ich es tun. Sehr schön. Ey Haut der mir einfach die Tür vom Kopf zu Glaubst du ja nicht Was erwartet der eigentlich Was meint der eigentlich Was bildet der sich ein So Hä So hier Oh Eine ho 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 Eine strap chest Oh Kann ich sogar anziehen Sexy Ding 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 Na wer hat's erraten Boah Helf mit Feuer um sich Eure Liebe möchte ich nicht stören Ich flieg mal übers Haus Mach dir auch grad Liebe Nee Liebe Liebe machen Okay Ey Ich wollte mit Ah egal Na Perle Du bist auch viel hübscher Willst du dich nicht hier ins Bett legen Hm So Do you ever get Homesick Nö Die erlaubt mich anzutatschen hier oder Was ist dein Problem Ach nö Nicht schon wie die Assis Ja die Wollnis sind schon wieder hier Mann Die treten immer im Rudel auf Diese Komischen Krieger hier Ach 160 Pixel Ich das verkaufe ist es auch nichts mehr wert 300 Das geht schon eher 300 kann man mal mitnehmen 340 Jawohl Das nehme ich auch mit Und den Rest sowieso Ich habe gar nicht geguckt was in der anderen Kiste war Bestimmt Pixel Na egal 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 sag ich Das ist aber nett Macht mir sogar die Tür auf Wow Na Das war nix Das war auch nix Warum war das nix Mensch Geht doch Warum müsst ihr eure Häuser immer in Klippen bauen Das geht doch nicht Eine Brücke Und da bin ich angefangen Bin ich angefangen Habe ich angefangen Egal Egal Auf jeden Fall war dieser Planet Nicht sehr erfolgreich Und auch so ein paar Steine Haben wir nix mitgenommen Alien Planet Ne also Die Glitch die sind meistens eher auf so diesen Arids Oder Desert Der Desert Der Desert War aber schon Also Werde ich dann nochmal hier hin Und dann muss ich mal gucken Ob ich nicht vielleicht Den Planet schaffe ich vielleicht noch Vielleicht schaffe ich den Planet noch Mal gucken Ja ist schwierig geworden In letzter Zeit Morgens nicht mehr so Ganz so viel Zeit Wie davor Ähm Naja Sonst nehme ich ja immer jede Folge Halbe Stunde auf Klappt aber nicht mehr so ganz Irgendwie Wie will es nicht Und ähm Ich versuche jetzt das Beste Daraus zu machen Könnte natürlich auch eine Folge Aufnehmen A 40 Minuten Aber dann wäre es halt Nur eine Folge Ah Ich habe keinen Platz mehr Stelle ich gerade fest Dann sollte ich mal hier im Schnelldurchlauf durch den Planeten Ach schon wieder Äffchen hier Ich ignoriere die jetzt Mal Ich habe die auch noch nie gesehen Die sind auch neu Habe ich irgendwie ein Update verpasst Ne Ich glaube Update hätte ich gemerkt Ich gucke immer wenn es Updates gibt Ach Schnauze Also an Knochen soll es mir nicht mangeln Falls ich mir mal welche breche Ach so kann man es zum Einsturz bringen Bringt nur nichts So was haben wir da Thorn Grenade Cool Was kann die denn Boah Alter Geil Ey Warum konnte ich denn hier nicht Das ist nicht gut Nein 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 Irgendwie ließ er mich gerade nicht beamen Das war irgendwie nicht gut Das fand ich nicht sehr nett Ja Mensch Sehr gut Geld Ach und wieder alles daneben Wow Ein Boss Hat der gerade Ne Hat der nicht Es gibt noch Bosse Aber es gibt keinen Platz mehr in meinem Inventar One handed One handed One handed Naja Gut ich bin jetzt auch auf einem relativ schwachen Planeten Von daher darf ich hier nichts erwarten Außer zu sterben Wegen Dummheit Boah Gut dann gehe ich halt oben rum Ab und zu mal auf mein Handy gucken Nicht dass gleich noch jemand anruft Weil ich nicht drauf geguckt habe Ey Was haben wir hier Maul Oh Tag Kiste Cool Nehme ich Tschüss Nehme ich auch Nehme ich auch Wow So So wäre jetzt mal schön wenn ich so langsam mal um den Planeten drum herum käme Denn hier scheint eh keine Glitch Seelung zu sein Ah ja Da war ich wieder Wäre schon fast dran vorbei gejumpt Dann hätte ich mich aber irgendwann gewundert und gesagt Ey Es kommt mir bekannt vor So Ja Leider hier auch nichts gefunden Irgendwo muss doch diese Glitchkacke sein So am besten versuche ich das nächste Mal einen Wüstenplaneten zu finden Also gehen wir wieder zurück Hä Wollte mich hier auf den Stuhl setzen Ähm Ja Wir waren jetzt Wir sind jetzt Da Wir könnten jetzt hier Gentle Star Sag ich mal Desert Planet Da fangen wir mal an Ich fliege schon mal hin Fuel könnte ich auch mal wieder besorgen Ach Noch ein bisschen Nahrung wegstecken Äh Was haben wir denn hier? Bananen Trauben Thorns Äh Haben wir noch mehr? Ne Der Rest ist nur Waffen oder? Oder Sieht nicht so aus als wäre da noch was dabei Da haben wir irgendwelche Ausrüstung Wir könnten hier nochmal das Alles irgendwie Ich brauche nochmal extra Kisten dafür Für so Modekisten Ja Modekisten Mordecai Äh Äh Was ist noch irgendwas? Ne Hier vielleicht Ja Das ganze Erz wieder Verstauen Bevor ich wieder irgendwo dumm sterbe Sieht gut aus Sieht gut aus So Lila Waffe Lila Waffe kommt hier rein Tools Ich habe hier keine Hoe drin als Tool Achso ich habe eine oben Könnte ich auch eigentlich Eigentlich mal entsorgen So Haben wir noch was? Ne Doch hier Tag Card Gut Ähm Ja Das war es leider Für diese Folge schon Und ähm Wenn es euch gefallen hat Lasst mir einen Daumen hoch da Dann weiß ich dass ihr mehr sehen wollt Sonst weiß ich das nicht Oder ihr schreibt es drunter in die Comments Dass ihr mehr sehen wollt Dann weiß ich es auch Und ich würde sagen Bis zur nächsten Folge Hoffe ich Bis dann Alles Gute Tschüss 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 Vielen Dank.